Ich als Betriebsrätin der Firma www.at möchte ich allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter herzlich begrüßen. Obwohl wir wissen, dass wir vor kurzem unseren Chef den zweiten Weg beerdigt haben. Das ist der Hauptgrund unseres Treffens heute, damit ich euch seinen Sohn den dritten Weg vorstellen möchte, obwohl er ab und zu bei seinem Vater gearbeitet hatte, aber viel anders war er nicht. Ja, ich möchte Ihnen etwas von meinem Chef von dem zweiten Weg erzählen. Und ab von mir. Sie wissen, ich stehe von Polen. Ich lebe 40 Jahre da. Als ich nach ihm kam, konnte ich überhaupt nicht Deutsch sprechen und musste ich in eine Fabrik arbeiten gehen. Es war noch nicht diese Fabrik von dem Vater von dem Weg. Ich habe dann Deutsch gelernt und zum Studieren angefangen und habe ich an der Wirtschaftsuniversität mein Studium beendet und wollte ich eine Managerin werden. Eines Tages, ich glaube, es hat vier Jahre gedauert, sehe ich eine Annonce in der Zeitung, im Kurier, dass jemand eine Exportsachbearbeiterin sucht. Und das war der Vater von Herrn Weh. Er hat mich telefonisch aufgenommen und am nächsten Tag habe ich zum Arbeiten begonnen. Er war sehr nett, er saß in dem gleichen Zimmer wie ich. Selbstverständlich gab es schon damals Computer, aber bei ihm nicht. Er hat auch keinen Manager gehabt. Er hat immer von Land zu Land gefahren und, ja, er hat mir Komplimente gemacht. Und eines Tages hat er zu mir gesagt, wir haben eine Dienstbesprechung, so wie heute. Er hat mir gesagt, ob ich dann mitkomme. Er sagte, ja. Ziehen Sie sich schön an, sagte er zu mir. Ich wollte schon von zu Hause weggehen und plötzlich steppe er unten mit seinem schwarzen Mercedes. Und dann fuhren wir ins Drei-Fusare. Und jetzt wollte er nicht zu lachen. Okay, weiter erzähle ich nicht. Das ist meine Privatsache. Da möchte ich auch gerne jetzt den Manager vorstellen. Und möchte in allem meinen Beileidung für dich doch den Jungen, die ausdrücken kann. Da heißt das, ja, halte, ja, weh, darf ich sagen, wenn der flühen Vater war. Aber ich habe auch meinen langjährigen Mentor verloren. Aber ich hoffe, dass ich in seinem Sohn einen würdigen Nachfolger finden werde. Danke. Wo ist die Frau Punkt? Wenn du vielleicht sitzt und am Tisch und packt einen Kran zusammen. Entschuldigung. Die Sachen habe ich hier. So, Frau Buchhalterin, die Frau, die Punkt ist indisponiert. Ja, wo ist sie, bei einer Feier oder bei einem Freier? Machen Sie keine Späße, Herr B und Herr K. Wir sind bei einer Besprechung, nicht beim Zirkusforscher. Ich glaube, dass Frauen und Fische was gemeinsam haben, nämlich schweigen. So geht es nicht, Herr B, dass Sie jetzt schön geworden sind. Sagt noch nichts. Heute sind Sie da, worden vielleicht nicht mehr. Bravo. Wer zuletzt lacht, schläft am besten. Ich freue mich, wenn Sie bald in Pension gehen. Na ja, Zeit wird's. Freuen Sie sich nicht zu früh. Am Abend wird Ihnen vielleicht das Lachen vergehen. Der hat nichts zu lachen, der wird bald weinen. So bin ich. Frau Kollegin, haben Sie Probleme? Herr Kollege, bitte. Für Probleme ist die Firma nicht zuständig. Unsere Kummernummer. Bitte um Ruhe. So geht es nicht. Sonst kommen wir zu nichts. Zu was soll man denn kommen? Wir sind's nicht schon da. Ich bin zum Essen gekommen. Wo ist es? Nicht nur zum Essen, sondern zum Besprechen. Aber wenn Sie unbedingt essen wollen, bitte, können Sie helfen. Aber das ist doch eine Diskriminierung der Arbeiterklasse. Und wir bekommen ja die Abspäder. Und die Frauenherrschaften kriegen die Salate. Tja. Verzeihen Sie bitte, das habe ich nicht bewertet. Ich will mich ja nicht in das Privatleben von Herrn B. einmischen. Aber ist die Dame deiner Nebricht, die auch den Salat bekommen hat? Vielleicht sind Sie die Gehälte? Ha, da, schau her. Also, Entschuldigung, aber das ist wirklich ein Blödsinn. Ich bin so. Sollen wir Platz brauchen? Na, sagst du vielleicht auch einmal was? Hallo? Hallo? Also, dass jetzt schon die Weiber beginnen zu regieren, ich bin, dass es doch gar nichts gäst. Also, Entschuldigung, ich bin zwar hier neu, ich möchte mich jetzt nicht einmischen, aber ich glaube, wir sollten uns den Tatsachen spüren, denn Papier hat einiges zum Vorliegen. Na ja, sicher, meine Kunst, meine Kunst können sich alle anschauen. Verstecken Sie lieber Ihren Mist. Was Mist? Ja. Wissen Sie, wie überhaupt ich bin? Ich weiß es. Ein Taugenix. Also, mir, nein, mir reicht es jetzt, war nicht. Guck mal ab. Jetzt wieder hin. Wie hat die, wie hat die, wir haben sich nicht da eingestellt? Na ja. Hallo? Zehn Minuten bleiben wir noch, dann geben wir. Bitte. Fallen Sie fort, Herr Dr. Ack? Ja. Ich will nicht. Ja. Das ist die Frau Punkt, unsere alte Buchhalterin. Hat sie heute gebostet? Nein, sie lässt Sie alle schön grüßen. Sie sei in Kappstadt und sie kommt wieder, wenn es wärmer ist. Punkt. Vanessa. Die restlichen Rechnungen schicke ich mir aus und hier ist eine Rechnung über... Wie viel? 2.000 Euro. Hä? Ist sie verrückt? Hat sie einen ausstehenden Urlaub? Ich hab sie dort hingeschickt. Ja. Ja, eigentlich sollte ich verleihen, aber ich hab das abgelehnt, weil ich diese Arbeitssumme nicht gemacht will. Na super, mir hat wieder Kasschwein gefragt, hab ich noch gehabt, statt wie um Hummer zu fressen. Also jetzt krieg ich ein Entwickler mit dir. Ne, ich auch. Aber bei 200 Euro Lohn im Monat? Ja, was soll ich sagen? Ich bekomm 400 Euro im Monat und es für zwei oder drei. Ja, genau das meine ich. Ich bekomm auch nichts mehr, ne? Ich hab etwas mehr zusammen durch die Alimente für die Zwillinge. Aber für die Zwillinge, das dritte, bekomm ich nichts. Und was schaust du mir da besser an? Ja, es ist dein Kind. Mich hat er auch geschwengert, das ist so ein Arschloch. Bei mir das probiert, aber ich hab ihn nicht reingelassen. Sag, dass das nicht stimmt. Los, sag es! Ist das wahr? Ja. Was wollen die Weiber von mir? Die wollen alle nicht Geld. Die wollen nur mein Geld und wollen mehr Pflanzen. Ich richte aber was anderes hier. Also ich hab heute noch kein Gras geraucht. Es ist schlimmer als ich dachte. Also ich glaube, wir müssen zuerst das Private regeln und dann das Geschäftliche. Herr Doktor. Ja. Sie fangen an? Ich fange zuerst an. Au, du Tepper! Blöde Kuh! Was fällt dir ein? Ein Vaterschaftstest. Für dein und mein Kind. Und für meinen ungeborenen Sohn. Du Arschloch, du machst mich hier so! Ich bin schwanger, ich bekomme ein Kind. Ja! Ey! Bin du? Sie ist zwei Monate schwanger! Was hat sie mir gesagt? Lauter Wahnsinn in der Firma oder wie? Ich brauche ihm keine Haare auszureißen. Ich habe nämlich die Sektgläser ausgetauscht, nachdem er Schlaftabletten hineingemischt hat. Dann hat er geschlafen und ich habe die 200 Euro Rechnung aus dem Lokal aus seiner Tasche bezahlt. Und 800 Euro habe ich mir zur Entschädigung genommen. Und ich? Ich wusste nicht. Ich war so schläfrig, dass ich nichts bemerkt habe. Mein Mann war auf Dienstreise und dann... Er... Erst als ich meine Tage nicht bekam, wusste ich, was geschehen hat. Was ist das? Das Kind ist von weh. Das geht ja vor. Von mir war es ähnlich, nur ich habe nicht so viel getroffen. Er hat mich auf Händen in seine Wohnung getragen und er hat kein Licht angeschaltet. Es kam mir komisch vor und da war ich plötzlich hellwach. Ich wollte weglaufen. Ich rutschte aber auf den Marmortreffen aus und dann... dann weiß ich nichts mehr. Und als ich wieder zu mir kam, da war mein weißes Kleid voll Blut. Es schweinert mich nicht, mal ins Spital gebracht. Er hat nur die Tür aufgemacht und geschrien, verschwinde aber schnell, Hure! Oh mein Gott! Deswegen sind Sie zur Arbeit mit der Perücke gekommen. Ja. Meine Schwester hat mich ins Spital gebracht, aber es war schon zu spät, die Platzwunde zu nehmen. Ich habe nur einen verbannt bekommen und damit niemand etwas merkt, habe ich diese scheiß Perücke aufgesetzt. Scheiße. Ihr verbreitet nur Lügen. Du bist ein Arsch. Das ist noch nicht alles. Bitte sagen Sie uns alles. So viel Zeit haben wir noch. Erzählen Sie uns bitte. Es ist wichtig. Meine Mutter hat hier früher auch gearbeitet. Sie wurde vom Vater des dritten Weg genauso missbraucht wie ich jetzt vom Sohn. Er hatte aber damals 150.000 Schilling ausbezahlt, damit sie schweigt und ihn nicht als Vater des Kindes angibt. Während sie noch schwanger war, hat sie dann eine andere Frau, einen anderen Mann geheiratet und eine Tochter auf die Welt getan. Als die Tochter Jahre später schwanger wurde, wollte die Mutter wissen, wer der Vater ist. Die Tochter hat sich geschämt und erst im sechsten Monat die Wahrheit gesagt. Die Mutter war schockiert und hat ihr endlich die Wahrheit über ihren Erzeuger erzählt. Oh mein Gott, ich weiß schon alles. Sie brauchen mich nicht mehr zu erzählen. Du bist mein Halbbruder. Das ist mir sehr was. Das Kind ist von dir. Das ist ein Blödsinn. Das ist ein Schwachsinn. Ich habe weiterhin Kartons getragen und bin nicht in Karenz gegangen in der Hoffnung, dass ich das Kind verliere. Geh! Ein Scheißdreck, du kannst niemals meine Schwester sein. Mein Vater, der war treuend, er ist nicht fremdgegangen. Ja, so wie du. Soll gelogen. Tja, Lügen haben kurze Beine, meine Damen. Bei Ihnen scheinen zu lang zu sein. Schau doch. Nehmen Sie die Beine von dem Tisch weg! Das ist eine Tragödie. Ja, ich weiß es. Aber bitte, vielleicht bieten wir irgendwie eine Lösung. Es wird alles gut. Können Sie dann bei der Besprechung noch bleiben? Und dann fahren wir ins Spital. In wie vielen Monaten sind Sie schwanger? Frau Kollegin, übrigens, ich mache, was ich will. Schließlich bin ich mit der Familie wehverwarnt. Und wenn er Herr W. mal stirbt, oder eingespielt wird? Na, hey, bitte. Ja, man muss immer vom Schlimmsten ausgehen. Dann gehört die Firma mir. Ich glaube nicht mehr. Rechtlich ist das schon richtig. Aber wenn nur ein Quäntchen davon wahr ist, was Ihnen jetzt vorgeworfen wird, bitte nehmen Sie die Stellung, dann werden Sie das nicht mehr. Ich sage was, was darf Sie sich freuen? Ich habe das gelogen. Und ich werde schon mit meinem Anwalt darüber reden. Echt? Keine Sorge. Bitte fangen wir mit dem Geschäftlichen an. Was ist das nicht freuen? Lesen Sie mir bitte die Ist-Stand von heute. Das hat mir verboten. Wer hat Ihnen verboten? Warum? Wenn du jetzt den Maul aufmachst, sondern 6.000 Euro im Monat. Wunderbar. Tja, wunderbar. Ich übernehme die Funktionen. Hab's doppelte. Gut. Bei allem, was ich jetzt gehört habe, wenn da nur etwas dran ist, sehe ich das Erbe meines Mentors gefährdet und halte mich nicht an. Ich bin moralisch nicht mehr gebunden an unser Abkommen. Bitte sagen Sie die Wahrheit. Wie ist dieser Ist-Stand von 2018? Momentan haben wir eine Million Schulden. Was? Es gibt keine Rücklagen. Es tut mir leid, Ihnen sagen zu müssen, dass ich hierher gekommen bin aus Stadtstedt, um diese Firma aufzulösen und in Kapstadt sie neu aufzubauen und sie alle zu kündigen. Wie soll Frau Dunckert? Und Herr Kartenkamp. Und mich auch. Ja, auch Sie. Ja, aber ich kann das nicht machen. Es tut mir leid. Ich komme auch aus einer Arbeiterfamilie. Meine Eltern haben hart gearbeitet, um dass ich studieren konnte. Er war oft arbeitslos. Meine Mutter war Taglöhnerin. Schon wir als Kinder mussten Schuhe putzen, im Feld arbeiten. Ich weiß, was es heißt. Zu arbeiten. Und nicht nur, äh, ja, Erbe verschleudern. Was Sie jetzt gerade haben. Hallo, lass, 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 lass uns. Die Arbeiter verdienen hier 600 Euro. Die Frauen nur 400 bei dieser schweren Arbeit. Es gibt keine Computer. Keine technischen Einrichtungen. Und ich sollte für diese Scheißkarten und für diese Unterlagen... Hallo, noch kein Wort. Was noch und? Was noch und? Mir reicht's. Wir brauchen am Montag gar nicht wiederkommen. Das werde ich auch nicht. Ich habe mir ein paar Notizen vor der Sitzung gemacht. Und ich glaube, dass Sie... Ich habe gehört, dass Sie an der Wirtschaftsunion studiert haben. Ja. Und jetzt haben Sie die Doktortifel aufbekommen. Ja. Und suchen Sie bestimmt eine Stelle. Natürlich, ja. Würden Sie unter anderen Umständen die Firma übernehmen? Die Firma für... Ja, unter anderen Umständen schon, ja. Ich bevorzuge die Frauen. Die Frauen sollen auch die Spitzenpositionen kommen. Das ist ja was. Bitte... Lesen Sie mir... Weil ich bin schon so... Außer... Ainander... Lesen Sie das alles vor. Sehr versteht man doch wenigstens was. Also... Nein, nein, nein. Erstens. Niemand wird gekündigt. Im Gegenteil. Es werden neue Angestellte und Arbeiterinnen aufgenommen. Zweitens. Die letzte Villa der Familie B, die sich in Hongkong befindet. Und das Privatflugzeug werden verkauft. Und das Geld wird auf das Firmenkonto überwiesen. Hallo, woher wissen Sie das? Woher wissen Sie von meiner Villa? Sind Sie nach Hongkong geflogen? Auf Firmenkosten? Nein. Ich bin nicht auf die Firmenkosten nach Hongkong beschlagen. Ich bin auf meine Kosten beschlagen. Ja, sicher. Mit meiner Mutter und mit meinem Sohn. Und ich habe Sie gesehen von dem Pickberg, wie Sie mit Ihrem Vater, Sie waren damals noch klein, ins Flugzeug eingestiegen sind. Sie haben dort eine Villa. Das ist nicht die einzige Villa. Und Sie leben immer auf Kosten der Firma. Drittens. Die alten Maschinen werden durch Moderne ersetzt und vor allem mit Computern ausgestattet. Viertens. Es wird ein Ruheraum, ein Hort für die Kinder der Angestellten, sowie eine Kantine, wo man zum Unkostenbeitrag konsumieren kann, eröffnet. Fünftens. Die Arbeitszeit beginnt für alle um 8 Uhr früh, statt um 6 Uhr. Sechstens. Die Mütter, die Schulkinder haben, werden um 9 mit der Arbeit beginnen können. Siebentens. Die Geräte werden angeglichen, so dass es nicht mehr zu geschlechtsspezifischen Einkommensunterschieden kommt. Alle Geschlechter werden das gleiche Gehalt erhalten. Achtens. Jede Art von Diskriminierung, aufgrund von sexueller Orientierung, Herkunft, religiösen Ansichten oder gegen Menschen mit besonderen Bedürfnissen, wird nicht mehr geduldet. Neuntens. Die Firma wird für alle Werbeartikel umstrukturiert und auch durch Internetwerbungen alle Arten von Produkten präsentieren, so dass die Menschen schon Appetit bekommen, wenn sie unsere Werbeartikel sehen. Zehntens. Um für die Firma den ersten Grundstein zu legen, hat die Betriebsrätin Kunstkarten eines hervorragenden Grafikers mitgebracht. Na ja, meine, hallo. Nein, nicht Ihre. Eines Grafikers, der hier in dieser und der neuen Kunsthalle die Karten wie warme Semmeln verkauft hat. Schauen Sie sich die Karten an und wenn sie Ihnen gefallen, werfen Sie einen Euro in das Glas, nehmen Sie sich eine Karte und verschicken Sie sie an Ihre Bekannten und Verwandten. Dankeschön. Dankeschön. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Wein trinken. Jetzt müssen wir die Leitungswasser geben. Zweitens. Das ist exot. Ja, das ist zündlich. Müssen Sie nicht, dass die Postämter zusperren, dass die Menschen als Polizisten ungeschult werden und arbeitslos werden und sie wollen genauso, wie ihr Großvater und Vater die Firma weiterführen. Das Offiziere ist beschlossen. Ich habe Ihnen nicht die ganze Wahrheit gesagt. Als ich mit dem Vater in Edinburgh war, er war so nett zu mir, dass ich mich auf den ersten Blick verliebt habe. Plötzlich hat er sich verändert um 180 Grad und wollte mich vergewaltigen. Es war mir schlecht nach dem Alkohol. Außerdem, ich wollte so nicht. Ich wollte schon ihn haben, aber nicht auf diese Art, wie er das gemacht hatte. Ich wollte weglaufen und bin ich auf die scheisse Marmortreppen runtergefallen. Ungefähr nach drei Wochen erfuhr ich, dass ich schwanger bin. Ich habe ihm angerufen und habe ich ihm gesagt, er hat mir genauso 150.000 Schwingen vorgeschlagen wie der Mutter von Frau B. Aber ich habe gesagt, nein, das nehme ich nicht an. Ich will das Kind nicht haben. Ich kann das Kind nicht erhalten. Ich habe schon einen Sohn. Ich will ständig arbeitslos. Ich will ständig diskriminieren. Ich kann das Kind nicht bekommen. Du musst mir das Geld für Abtreibung geben. Er hat nichts geantwortet und dann nach ein paar Stunden ist er zu mir nach Hause gekommen mit einem Anwalt. Er war sehr nett, so wie in dem Lokal. Und hat mir die Wahrheit gesagt, dass er eine Tochter hat mit einem Mitarbeiterin. Und er möchte, und dass er sehr glücklich ist, hat Text. und wenn er stirbt, dass die Tochter ein Drittel von der Firma eintritt bekommt, ein Drittel ich, wenn ich die Firma weiterführe, und dass ich das Kind bekomme, weil seine Frau keine Kinder bekommen hat. Eigentlich wollte ich das Kind nicht abtreiben. Und er hat mir vorgeschlagen, dass das alles wird geregelt und ich kann jeden Tag das Kind anschauen. Ich kann als Bevisiter bei ihm arbeiten, wenn ich will. Und wenn das Kind 14 Jahre alt ist, wird er dann die Wahrheit sagen dem Kind und das Kind kann sich entscheiden, bei wem er bleiben will. Ich dürfte aber das Kind nicht in Österreich bekommen. Ich müsste ausreisen. Da ich Spanisch damals gelernt habe, bin ich nach Spanien gefahren, nach Madrid. Er hat mir 3.000 Schilling umgerechnet im Monat gegeben. Das hat gerade die Pension Valeria in der Nähe von Rosa Antonio gekostet. Ich habe eine Arbeit gefunden in einer Inglisstube beim Plaza Mayor und habe ich ab 18 bis 24 Uhr gearbeitet. Am Tag habe ich studiert Spanisch. Ich wusste nicht einmal, wann ich ein Kind bekomme, weil ich niemals beim Arzt war. Und dann bekam ich Schmerzen. Die wollten dann die Rettung anrufen, aber ich sagte, nein, nein, das Wasser ist schon weg. Ich kann nicht, ja, ich bekomme gleich das Kind. Ich habe ganz geiles Baby bekommen. Es war so klein. Und dann habe ich zum Weinen eingefahren und ich ich wusste, ich müsste das Baby abgeben. Und ich wollte es nicht. Ich habe ihn am nächsten Tag angerufen und habe ich gesagt, dass ich einen Sohn bekommen habe. Er hat zu mir gesagt, nimm einen Schuh Kasten. und transportiert ihm als Handgepäck nach Österreich. Ich habe so einen Schuhkasten. Es war so ein Schuhkasten mit zwei Löcher und Deckel. Was wollen wir da raus? Was wollen wir da raus? Seien Sie ruhig. Ich bin auf dem Flug, habe ich immer auf die Toilette gegangen und habe ständig den Deckel aufgemacht. Ich müsste dem Kind Schlaftablette geben, damit er nicht weint. Und auch im Flug die Stewardess hat mich gefragt und sagte, was haben Sie? Ich sagte, ich habe Durchfall. Da können Sie in der Handgepäck hinaufgeben. Ich konnte nicht mein Kind töten. Er hat das Kind abgehockt mit dem schwarzen Mercedes. Ich musste noch etwas unterschreiben. Ich bin dann in den Bus reingegangen und bis zum Hilton gefahren und dann zu Fuß nach Hause durch den Park. Da habe ich die ganze Zeit übergeweilt. Du bist mein Sohn. Ich bin deine Mutter. Ich liebe dich. Deswegen habe ich mich immer um dich gekümmelt. Dass du jetzt, aber du bist genauso wie dein Vater. Dein Vater hat alle Frauen vergewaltigt. Und du machst das genauso. Du hast nichts von mir bekommen. Nix. Du kannst nicht meine Mutter sein, ja. Ich bin deine Mutter. Du kannst das sein. Scheißdreck. Sie bekommen Schmerzen. Ist es Ihnen schlecht? Es ist Ihnen schlecht. Dann bist du ein Rettet. Dann kommt jetzt einen Arzt hier, eine Ärztin. Na bitte rufen Sie die Rettung an. Moment. Mal an. in der Köln. Bitte bleiben Sie da. Ich begleite Sie nun. Wollen Sie wollen ja alles? Komm. Du musst auffahren. Ja, eine Notarzt, bitte. Was sagt so? Und alle? Hallo? Ja. Ein was? Das ist nicht sehr neu. Okay, danke. 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 Vielen Dank. Vielen Dank.